Okay, eigentlich will ich mir jetzt gar nichts erklären lassen, ich will euch erstmal hier ein bisschen umschauen. Zum Beispiel drüben haben wir nämlich die Totenmaske von Tutankhamun, die wir uns jetzt leider nicht betrachten können, das ist schade. Aber das sollte sie definitiv sein, es ist ja eigentlich die einzige Totenmaske, die irgendwie mal ausgegraben wurde. Es ist ja leider so, dass die ganzen Gräber im Tal der Könige alle geplündert wurden. Vor allem die, die relativ offensichtlich waren, also man weiß überhaupt nicht, wo die ganzen Sachen hingekommen sind. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wenn die von Räubern geplündert wurden, die müssen doch irgendwo wieder aufgetaucht sein, in irgendwelchen Privatsammlungen oder so. Oder sind die echt so dumm gewesen, die dann einzuschmelzen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also man schmilzt doch nicht sowas ein, um dann an die Rohstoffe zu kommen, das wäre doch Unsinn. Also irgendwo müssen die doch noch existieren, diese ganzen Schätze. Und Tutankhamun, sein Grab war einfach so versteckt gewesen, dass sie es gar nicht gefunden haben. Das ist das einzige unberührte Grab. Und obwohl er nur 19 Jahre alt geworden ist und ein ziemlich, ja ich will es nicht sagen, ein ziemlich unbedeutender Pharao, aber doch eigentlich schon. Wenn man es zum Beispiel mit Ramsas II. vergleicht, der ist 90 Jahre alt geworden, hat auch durch Lügengeschichten ein bisschen einen ziemlichen Ruhm erlangt im Kampf gegen die, gegen die, oh Gott, wie hießen die denn? Ich habe es gerade vergessen, im Osten. Oh, wie hießen die? Ich komme gerade nicht drauf. Ich komme gerade nicht drauf. Ähm, ich glaube so Eke Libanon ist das, oh, wie hießen die denn? Ich weiß es gerade nicht mehr. Fällt mir bestimmt später wieder ein. Jedenfalls hat er da ganz schön Kriegspropaganda betrieben und hat seine, ähm, seinen, äh, seinen Status erhoben, äh, hat sich zu einer Legende gemacht und er ist 90 Jahre alt geworden und das war so die Blütezeit Ägyptens gewesen. Wenn man das mit ihm vergleicht, ist Tutankhamun natürlich ein ziemlich unbedeutender Pharao gewesen und selbst er hat unermesslichen Reichtum in seiner Kammer gehabt und, äh, ich will nicht wissen, was da echt an Schätzen verloren gegangen ist und die müssen ja irgendwo gelandet sein. Ich verstehe das echt nicht. Also das ist schon ein bisschen komisch. Was ist in den anderen Vitrinen? Weitere kostbare Originale. Die Augen der Sphinx wären der uneingeschränkte Höhepunkt unserer Ausstellung gewesen. Jetzt, wo nur noch eines da ist, überstrahlt es die anderen Kostbarkeiten in diesem Raum nicht mehr so stark. Auch alles andere hier ist von exquisiter Qualität. Ja gut, ähm, mehr kriegen wir jetzt leider auch nicht raus, oder? Wir können die Vitrine natürlich noch anschauen. Gut, der Sargophag hier hinten, der ist auch hübsch. Schauen wir uns den nochmal an. Viele Leute denken bei dem Wort Sarkophag an einen Steinsarg, aber dieser hier ist aus Holz. Wie üblich sind das Gesicht des Toten und viele Ornamente mit Gold und Farbe auf die Außenseite gemalt. So, was haben wir denn sonst noch? Nichts. Gut, das ist ein bisschen schade. Ich fand dieses Museumstour echt schön hier. Also mir hat das gut gefallen, dass wir hier so ein bisschen rumschauen und ein paar Erklärungen uns anhören konnten. Das fand ich schon nett. Gut, dann müssen wir uns halt mal die Vitrine betrachten, um dann hier ein bisschen voranzukommen. Lassen wir uns doch mal das Alarmsystem ein bisschen erklären. Na? Wie ist die Vitrine gesichert? Sie besteht aus einem Zentimeter dicken Panzerglas. Man bräuchte schweres Gerät, um sie zu öffnen. Doch bei der kleinsten Erschütterung der Vitrine wird der Alarm ausgelöst. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Mit einem Glasschneider kommt man ja nicht weit. Ist die Vitrine am Boden verankert? Wieso, fragen Sie? Der Rabe hat einmal in St. Petersburg eine komplette Vitrine gestohlen, anstatt nur den Schmuck aus ihr zu nehmen. Solche ein Versuch wäre zum Scheitern verurteilt. Die Vitrine ist fest mit dem Boden verschraubt und wiegt mehrere hundert Kilogramm. Gut, gut. Ja, wir haben ja hier auch so einen riesigen Betonblock unten mit dran. Also wenn der damit verbunden ist, ja, dann ist das schon gut. Okay, wir scheinen auch nichts mehr weiter ansonsten hier machen zu können. Ich dachte, wir sollen uns hier das Alarmsystem erklären lassen. Irgendwie hat sich das jetzt so ein bisschen... Aha, schauen wir uns hier noch. Eine Kamera, mehr nicht. Hm. Was ist das da? Eine Kamera? Das neueste vom neuen. Ach nein, hier ist auch neu. Es nennt sich Videoüberwachung. Ich habe davon gehört. Die Bilder werden aufgezeichnet und können spät auf einem Bildschirm betrachtet werden. So ist es. Im Wachraum werden die Signale von insgesamt drei Kameras aufgezeichnet. Drei, also. Ich habe doch gesagt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Dann ist hier wahrscheinlich die dritte irgendwo. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Vielleicht gibt es ja wieder irgendwelche Zusatzpunkte, wenn wir hier alles entdecken. Aber ich glaube, jetzt dürften wir so langsam alles... Gut, das war bloß gehe ich hinaus. ...alles entdeckt haben, was es hier gibt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hinaus. Mit ihm können wir ja auch nicht reden. Schauen wir mal, was sich bei der Gala so ergibt. Das hier, das Tor. Wie funktioniert das? Wenn der Alarm ausgelöst wird, fährt das Metallschotter runter. Genauso wie weitere Schotten an den Fenstern und am Haupteingang. Jeder Dieb sitzt dann wie eine Maus in der Falle. Die Frage ist, ist das auch oben der Fall, auf dieser Empore? Vor den Fenstern? Und wer mit ihm? Ich möchte Ihnen als nächstes unseren Wachraum zeigen. Das Herzstück des ganzen Sicherheitssystems. Und danach muss ich mich entschuldigen. Oh, warum ruckelt das denn so? Alarmieren Sie die Wache. Dann rufen Sie bei der französischen Botschaft an. Legault soll unverzüglich... Man will uns aussperren. Ich glaube, wir sollten ganz dringend diesen Geheimgang finden, den wir vermutlicherweise durch Matt aufmerksam gemacht wurden. So... Hm... Tja... Schlecht, wa? Dieser verdammte Bombenleger. Ich meine, die Kammer war voll von unersetzlichen Schätzen. Ja, der wird die schon nicht in die Luft gejagt haben. Aber wenn ich er wäre, würde ich nicht bloß das Auge mitnehmen, ganz ehrlich. Das Tor ist massiv. Es lässt sich nicht von Hand öffnen. Hast du das wirklich erwartet? Okay, er macht nichts anderes. Das Tor. Ja, kennen wir. Gut. Dann... Also eigentlich nicht so gut. Ähm... Schauen wir uns mal noch das Banner an. Exklusiv und einzigartig. Die Augen der Sphinx erstmals gemeinsam in einer Ausstellung. Oder auch auch. Höchentlich kommt das Publikum auch für ein einzelnes Auge zu der großen Ausstellung. Wäre sonst ziemlich schade um den ganzen Aufwand. Ja, ich glaube, der Spruch, den hätte man sich eher vorher anhören sollen, bevor das Tor zugemacht wurde, weil jetzt passt er natürlich nicht mehr so ganz, denn das Auge könnte bald weg sein. Leider ist es jetzt nur noch das Auge des Sphinx. Aber zum Abändern des Werbebanners ist es etwas zu spät. Ja, vielleicht auch bald Sphinx ohne Auge, ne? Gut, reden wir mal mit dem Dr. Mokhtar. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo diesen Geheimgang vielleicht finden. Oder in die Wachstube. Direktor Mokhtar? Direktor, wie kann ich das Metallschott öffnen? Das hätte er nicht tun dürfen. Direktor! All die Kunstwerke in der Schatzkammer. Er hat sie zerstört. Ach, Quatsch. Und ich werde ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Aber zuerst muss ich da hinein. Ja? Er ist ganz bleich und zittert leicht. Vermutlich steht er unter Schock. Vielleicht bekomme ich in ein paar Minuten wieder etwas aus ihm heraus. Okay, vielleicht müssen wir mal schauen, dass wir irgendwas für ihn finden. Er ist ganz... vielleicht... Dann schauen wir uns erstmal vorne rum. So, kommen wir jetzt vielleicht hier rein? Ja, sehr gut. Constable? Constable Oliver! Keine Bewegung! Was haben Sie getan? Ich? Ich habe nichts getan. Aber ich sage Ihnen, was ich tun werde. Ich werde Sie verhaften. Hä, glaubt er etwa, dass wir der Rabe sind? Stecken Sie die Pistole weg! Das könnte Ihnen so passen! Robert! Seien Sie vernünftig! Maul halten! Ist... ist er tot? Nur ohnmächtig. Vielleicht kann er uns sagen, wer ihn niedergeschlagen hat. Ausgezeichnet. Tun Sie nicht so! Sie waren es! Ich war mit dem Direktor in der Schatzkammer. Sie allerdings hatten jede Gelegenheit, der Wache 1 über den Schädel zu ziehen. Ich habe Sie ohnmächtig vorgefunden. Ich wollte die Tore öffnen. Und dem Raben damit die Flucht erleichtern? Schluss damit! Legen Sie sich auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Ich glaube nicht. Warum sind Sie nicht mit Inspektor Legrand in der Botschaft und beantworten die Fragen der Reporter? Wovon reden Sie? Legrand hat sich geweigert. Was? Er hat den Boten gesagt, er würde eher für 40 Jahre durch die Wüste gehen, als 40 Minuten lang Interviews zu geben. Okay, das ist ja interessant. Gibt es vielleicht jemanden, der sich als Legrand verkleidet? Und zwar ziemlich gut? Das wäre natürlich spannend, weil dann die Frage wäre, wann haben wir eigentlich im Zug und auf dem Schiff mit Legrand was zu tun gehabt? Wir müssen das Tor der Schatzkammer öffnen. Ich vermute, dass es einen geheimen Zugang gibt. Nein, wir sollten das Tor am Haupteingang öffnen und Hilfe holen. Robert, denken Sie nach. Der Rabe ist hier im Museum und wir mit ihm. Wir können ihn stellen, aber wir müssen uns jetzt sofort an seine Fersen heften. Wir beide, Sie und ich, können es hier und jetzt beenden. Sie, Sie wollen mich nur verwirren. Robert, ich glaube Ihnen, dass Sie diesen Mann nicht niedergeschlagen haben. Aber ich war es auch nicht. Ich war die ganze Zeit mit dem Museumsdirektor zusammen. Fragen Sie ihn. Das heißt noch nicht, dass Sie mit der Sache nichts zu tun haben. Sie könnten mit dem Raben zusammenarbeiten. Genau wie Sie. Wir können uns gegenseitig verdächtigen. Die Ausgänge öffnen und dem Raben damit jede nur erdenkliche Fluchtmöglichkeit bieten. Oder wir bringen ihn hier und jetzt im Museum zur Strecke. In... in Ordnung. Aber damit das klar ist. Ich traue Ihnen nicht. Ich behalte Sie im Auge und wenn Sie zu fliehen versuchen... Schon klar. Ich werde jetzt versuchen, das Tor zur Schatzkammer zu öffnen. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mich dabei nicht aus Versehen erschießen würden. Keine Tricks, Zellner. Und wenn wir in der Schatzkammer nichts finden, öffnen wir das Eingangstor und verständigen Inspektor Le Grand. Okay, ich sehe hier eine Kampiermaschine. Die könnten wir vielleicht gebrauchen, um den Direktor wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und mir ist gerade noch so der Gedanke durch den Kopf gegangen. Vielleicht ist Inspektor Le Grand einfach auch... Vielleicht hat er auch eine gespaltene Persönlichkeit. Vielleicht ist er selber der Rabe und weiß es gar nicht. Wäre auch ein Gedanke. Was tun Sie da? Ich habe das hier gesucht. Schlüssel. So, können wir vielleicht noch irgendwie dem Mann helfen? Das wäre doch auch eine Variante. Ich glaube, er ist okay. Sobald wir die Schatzkammer untersucht haben, sollten wir trotzdem einen Krankenwagen rufen. Ja, lassen Sie einfach auf dem Boden liegen. Passt schon, tritt sich fest. Okay, wenigstens geht er drumherum und steigt nicht drüber. Hm, vielleicht hat ihm jemand etwas in den Kaffee gemischt und ihn dadurch vergiftet. Die Beule an seinem Hinterkopf spricht allerdings dagegen. Gut, okay, wir können also doch keinen Kaffee für den Direktor machen. Schade, schade. Halt, was war das? Äh, war hier was? Rufe Hilfe, achso. Machen wir das mal. Ja, ist ganz gut. Tod. Tod, das dachte ich mir schon. Wir können keine Hilfe rufen. Die Leitung ist tot. Ob die Alarmanlage automatisch die Polizei verständigt? Wenn nicht, oder wenn auch diese Verbindung unterbrochen wurde, bin ich mir nicht sicher, ob den Leuten draußen schon klar ist, was hier im Museum geschieht. Die Explosion hat draußen vermutlich niemand gehört. Die Schatzkammer hat keine Fenster. Und die heruntergelassenen Metallschotten könnten Teil einer Übung sein. Okay, also drinnen sind gar keine Fenster. Ich dachte, dass drinnen vielleicht oben irgendwie noch Fenster sind. Aber stimmt, das war ja, äh, die Empore, die war ja bloß in dem Vorraum gewesen. Hm, aber ich glaub, da gibt's irgendeinen Geheimgang in den Wänden, durch den man da hinkommt. Denn Matt hat ja gehört, dass da Stimmen sind hinter der Statue. Und ich glaube, dass da vielleicht irgendwas war. Wir können keine Hilfe rufen, die Leitung ist tot. Wenn nicht, die Explosion... Ja, kennen wir schon. Gut, was haben wir noch auf dem Tisch? Haben wir nichts, die Apparaturen, okay, das schauen wir uns gleich noch an. Oliver, Metallkasten. Abgeschlossen. Hm, haben wir nicht den Schlüssel? Brauchen wir bestimmt gleich für hier, denke ich mal. Hm, der Grundriss des Museums. Jedes Shot scheint über einen eigenen Schalter gesteuert zu werden. Das ist gut. Das hier müsste das Metallschot der Schatzkammer sein. Hm, das war's. Wäre es nicht besser gewesen, wenn einer von den beiden vielleicht schon mal vorgegangen wäre, um dort zu schauen? Okay, dann halt nicht. Schauen wir erst mal hier. Ein Bildschirmgerät. Vermutlich kann man darauf die Bilder der Überwachungskameras sehen. Die ist kaputt sind. Hier unten gibt es fünf Tasten. Drei davon sind beschriftet. Kamera 1. Kamera 2. Kamera 3. Das dürfte die aus der Schatzkammer sein. Sie hat die Explosion erwartungsgemäß nicht überlebt. Genau, das dachte ich mir schon, dass die kaputt sind.